so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal suchten power am start ja freunde freunde des guten geschmacks der fifa 18 retro food video nummer 24 road to one million coins wir machen weiter wo wir aufgehört haben wir wollen ja die millionen irgendwann mal erreichen haben wir schon 196 143 münzen müssten jetzt noch oft aus den wochenaufgaben noch zwei sachen erledigen vier spiele und eine sieg brauchen wir noch ja und ja vorweg würde mich natürlich gleich mal über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr mit einem kostenlosen abo unterstützen wollt dann einfach den abo knopf betätigen schon seit in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt dann wisst ihr ganz genauer sachen power ist am start sachen power ein video geladen sachen power ist lost im game und wenn ihr mal in einem live stream dabei sein wollen dann auf www.twitch.tv xstgdx power oder den link in der videobeschreibung folgen und jemanden trinkgeld da lassen möchte dann auf www.paypal.me xstgdx power oder auch da den link in der videobeschreibung müssen ja freunde dann würde ich sagen kaffee ist am start gut dann würde ich sagen wir legen wir gehen jetzt mal rein hier wir machen das ganze natürlich wieder wie gehabt ein tor dann auf street auf video die restlichen vier toren ein bau ich gar nicht so wie die pausen noch muss ich jetzt noch mit zwei turn abstand ich weiß ich bin noch nicht müde so ich brauche das ein tor machen und dann passt das spiele spielen und dann werden morgens eventuell den titel in der einzel spieler season holen schauen wir mal wir brauchen noch knapp etwas über 1000 punkte für level 12 damit wir den münzen boost wieder kaufen können würde ich sagen wir gehen mal rein so was haben wir denn nach unserem update wir haben real angel aus mexiko mit 73 rating und 52 chemie rosario juniors aus england mit 78 rating 100 chemie aus russland mit 84 rating 86 chemie black life matter aus den usa mit 91 rating und 100 chemie die teams gucken und sanieren so würde ich sagen wir gehen gleich mal ins erste rein natürlich auf anfänger wir wollen uns ja hier keinen abschwitzen zur aufstellung wir arbeiten wir gucken mal sind noch fit das schöne ist wir brauchen nicht mehr viel tore zu machen die team tore haben wir ja abgeschlossen so dann gehen wir rein ok da oben die zwei engländer aus der linksbums da hier ach wie heißt das noch mal könnten wir eigentlich auch machen da gibt es ja auch gut ist zu holen wenn man das macht mit johlen war das genau so dann los wir brauchen durch rennen und machen wir das tor das heißt hier machen wir den tag und wir sind uns am ende der ersten halbzeit natürlich wieder so das resultat wir haben wieder geschlafen nicht auf die zeit geachtet weil ich alles geguckt habe ich will ja nur außenspiegel fürs auto kaufen und da habe ich es jetzt verschlafen so aber wir haben gewonnen aber wir haben gewonnen 1 zu 0 401 minzen bekommen wir da so weiter 401 minzen haben wir gekriegt wir kriegen ein paar pünktchen 400 natürlich schön genau 400 punkte für das eine tor gut aufgabe gemeister fünf siegen ok schön passt so gehen wir gleich ins nächste rein so anwender sanchez hat keine verträge mehr ok aus objekt und dann gehen wir rein fertig aus fertig aus mit der maus oder wie wartet aber das gute ist wir brauchen ja nur noch das eine tor wichtig wird es wieder morgen morgen brauchen wir die ersten vier spiele natürlich wieder insgesamt 20 toren wo spieler fünf toren machen sind die wochenaufgaben die heute kommen wir heute gar nicht erst morgen weil die kriegen wir dann morgen alle fertig das weg abseits also zum kotzen auf letzten meter wenn der was sie sich vor wie so ein ob sie wie so ein idiot alter es ist aber bis es nervt nicht in fieber das ist auswährend dann vorher wie die letzten die letzte minute ist natürlich wieder erreicht wunderbar auf den pfiff von der pfeife warten da hat die pfeife gepfiffen so wieder ein spiel weg unsere aufgaben für unsere millionen die man erreichen wollen so weiter 1 0 natürlich 402 Münzen schön jede einzelne Münze ist kostbar 422 Punkte ist auch schön reicht aber nicht für gold 2 egal beim nächsten spiel sind wir gold 2 gut so dann gehen wir gleich gleich direkt ins nächste ok wir haben mit ein paar verträge die man anwenden müssen ok magst du wohl hier doch so viele und keine verträge haben ok wir müssen bald wieder ein paar verträge anwenden hier sehe ich gerade so aber da haben wir noch Zeit so gehen wir rein wir gehen rein machen das Tor dann passt das so einfach ist das dann haben wir ihn und drin so einfach ist es hier machen wir den Cut meine Freunde in der zweiten Halbzeit natürlich wieder so letzte Minute natürlich wieder erreicht das war mal wieder auf dem Pfiff von der Pfeife was man dann ins letzte spiel reinkommen Tom Pfeife ab jetzt du nacken jawoll er hat auch nicht gehört so muss das auch sein gut dann passt das so 411 Münzen wenn man ein paar Pünktchen hier 425 punkte sehr schön so müssen wir jetzt auch gold 2 sind gleich mal bessere Rewards so gut dann haben wir jetzt noch ein spiel hier vor uns gehen wir auch direkt rein müssen wir gleich wieder hier genau Schakiri und Lautrup brauchen wieder Verträge ok denn hier wendet mal an so Lautrup so wunderbar die zwei haben ihre Verträge gekriegt die Fitness geht runter egal macht nichts wir gehen jetzt direkt rein und ja wie gehabt ihr kennt das ja schon ein Tor und Zeitsprung ja Freunde was macht man nicht alles oh wo sind zwei einzige wir auch nicht schlicht gut was mache ich denn falsch gedrückt Freunde falsch gedrückt so komm hopp zack zack wer mit der kugel ist wenn wir nur noch durchkommen das ist ein team ziemlich guter grading und chemie aber wir sind wirklich wir haben das hier kommt der Sprung zur Ende des zweiten Halbzeit hier mit dem Cut jetzt letzte Minute wieder erreicht und wir warten auf den Pfiff von der Pfeife komm schon Pfeife genau so haben wir das auch wieder geschafft sehr schön 411 Münzen ein paar Punkte 439 wunderbar schön so muss das sein ne Freunde du hast alle verfügbaren Partien abgeschossen bitte warte auf das Gegner Update um neue Gegner zu erhalten in 18 Stunden 39 Minuten gut wir haben die Aufgaben fertig 198 1048 Münzen haben wir jetzt zusammen so jetzt wollen wir uns die zwei Belohnungen hier ab gut so haben wir abgeholt haben wir was verkauft nein wir haben nichts verkauft was eigentlich schade ist dann würde ich sagen wir machen direkt die zwei Päckchen auf gucken was drin ist da ist schon mal nichts drin so was kriegen wir Spanier der IV aus der spanischen Liga Navarro den Herrn Navarro haben wir gekriegt dann haben wir Niaze und einen Körper Artist brauchen wir nicht mit Artist spielen wir nicht wir spielen nur mit Hawk und ne mit Hunter und Shadow deswegen schmeißen wir den gleich weg brauchen wir nicht diese Scheiße so Argentinische Primera Division brauchen wir auch nicht für Manager weg so nix doppelt ok alles in Verein Spieler müssen wir ja sammeln für die Ligen SBCs Länder SBCs da ist auch nix drin man gibt doch mal was rüber ja was haben wir denn hier ein Isquerto den haben wir ja glaube ich schon genau den haben wir schon so was machen wir jetzt in den Verein nicht tauschbares Objekt schade denn den wir haben der ist untauschbar dann können wir dann hier gerade so weg und tschüss so dann haben wir jetzt alle verfügbaren Baden abgeschlossen so dann blieb wir uns jetzt nur noch hier den könnten wir jetzt auch noch schnell machen so dann rollen wir uns noch schnell den Titel dann ist das ja auch schon mal abgeschlossen da muss ich hingehen gut das heißt aber bevor wir da reingehen wir müssen Team Trainingsobjekt anwenden so einmal Team Fitness sonst macht das Ganze keinen Spaß und dann gehen wir rein wie gehabt machen wir wieder natürlich das eine Tor und dann hier wisst es ja schon so genau so spielen wir das wir spielen jetzt in weiß das Tripling brauchen wir nicht so wir schließen jetzt wir holen uns jetzt auf den Aufstieg in die Liga 8 weil es gerade so schön ist so lass mich anstoßen so das ist jetzt ein anderes Kaliber schade 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 also der durch reingehen so schön gedacht ja genau Köpfe also woanders hin als da wo wir haben wollen also manchmal verstehe ich das echt nicht warum man den Ball nicht einfach gerade durchspielen kann nein da wird auch wieder schräg durchgespielt so so boom 1-0 wir springen ans Ende der zweiten Halbzeit meine Freunde um zu sehen wie es weiter ausgeht das Spiel um die Belohnungen abzugreifen und das Video zu beenden und den Liga Titel zu holen natürlich so wir haben die letzte Minute erreicht die letzten drei Minuten nachspielzeit ja aber jetzt haben wir dagegen wenigstens nur rum die ganze Zeit bin ich angegriffen worden habe ein Tor kassiert naja habe ich nochmal viel nachgelegt musste sein ja und damit haben wir auch den Titel am Bibel wie man so schön sagt jetzt war nicht nur auf den Scheißabpfiff Pfeife aber jetzt zu Pfeife jetzt pfeife da muss ich mich erstmal bewegen damit er abpfeift so kriegen wir auch ein paar Münzen für dieses Spiel oder ja genau 106 2076 Münzen schön das ist doch schön so viele Münzen zu kriegen so dann haben wir unsere 18 Punkte geholt und haben unseren Titel extra 1600 Münzen wunderbar so gefällt mir das somit haben wir jetzt 2174 können wir unsere nächste hier gibt es ein Brauseverträgesetze das gibt es sonst noch Jumbo Brause Set das ist die ultimative Liga wir müssen gucken wegen Teilnahmebedingungen oh hier geht es 28 halb Profi Profi halb Profi Profi das ist doch okay das können wir dran machen jetzt 2800 Münzen Jumbo Brause Set das haben wir denn hier Profi 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 Weltklasse Weltklasse Profi Profi Weltklasse das spielt man nicht so was gibt es hier bei 1100 halb Profi halb Profi Profi Weltklasse ist auch noch mit dabei das wird ja was internationaler Pokal 2800 Münzen und 16 Punkte so ist alles Profi und halb Profi das können wir dann machen den machen wir dann die Season die starten wir schön so aber die spielen wir jetzt nicht meine Freunde die spielen wir jetzt nicht so gut unsere Bilanz 82 Siege 0 Unentschieden und eine Niederlage ich weiß nicht woher die kamen das war nämlich ein Disconnect wo ich vom Server geflogen bin so wir haben jetzt 200.000 24 Coins zusammen zur Million fehlen uns jetzt noch ca. ca. knappe 800.000 ein bisschen weniger ja genau und somit sind wir dann am Ende des Videos angelangt wir warten jetzt noch auf die neuen Aufgaben die in elf Stunden kommen auf die gehen wir dann aber auch erst morgen ein meine Freunde ja wir haben das Ende des Videos erreicht meine Freunde wenn euch das Video gefallen hat auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen ich werde jetzt meinen neuen Außenspiegel holen gehen so muss das ja und gucken was ich noch so brauche für das Auto für den Aufbau ja meine Freunde und ja wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt dann einfach den Abo-Knopf betätigen schon seitdem der Power Army dann noch die Glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt dann wisst ihr ganz genau Sergeant Power ist am Start Sergeant Power hat ein Video hochgeladen Sergeant Power ist lost in game und wenn ihr mal im Live-Team dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xstgdx Power oder den Link in der Videobeschreibung folgen und wenn jemand ein Trinkgeld erlassen möchte dann auf www.paypal.me slash xstgdx Power oder auch da den Link in der Videobeschreibung folgen ja meine Freunde es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer lasst euch nicht ärgern nicht von wann zum Beispiel wenn ihr schlafen geht lasst die Hände über der Bettdecke spielt nicht an euch selbst rum lasst euren Partner Partnerin machen alles andere ist ökelhaft ich bin dann raus wir sehen uns im nächsten Video im nächsten Livestream wieder macht's gut und bis dann ciao ciao